Guten Morgen, wir haben jetzt die undankbare Aufgabe mit Nachhall, nach 13 Stunden Kongress euch was noch zu erzählen für eine Stunde und wir reden über das Thema digitale Bürgerrechte unter europäischem Beschuss und ja, Sinn dieses Vortrages ist es, so einen Überblick zu geben, was uns noch alles von der EU-Ebene in den nächsten Jahren zu erwarten hat, abgesehen von Schlachten wie Software-Patente und Vorratsdatenspeicherung, da gibt es eine ganze Menge, wir versuchen da mal so einen kleinen, kompakten Überblick zu geben. Mein Name ist Markus Beckedal und klingt das bei euch so hallig wie bei mir? Kann man dagegen irgendwas machen? Also, na gut, dann müssen wir damit leben. Ja, ich bin Vorsitzender des Netzwerk Neuen Medien und schreibe das Weblog Netzpolitik.org und Oliver Pasek neben mir ist auch Gründungsmitglied vom Netzwerk Neuen Medien, wir sind so eine kleine Bürgerrechts-NGO für den Erhalt und Ausbau von digitalen Bürgerrechten und Oliver ist zusätzlich noch Medien- und Kulturreferent der Grünen-Europafraktion in Brüssel und ist halt ein bisschen näher dran an den ganzen Themen. Ja, worüber wollen wir reden? Also, wir haben eben noch vermutet, das ist längst noch nicht alles, was auf EU-Ebene im Bereich Internet, digitale Bürgerrechte im Moment diskutiert wird. Die Europäische Union ist halt, ja, also kümmert sich eigentlich um alles und nichts und sehr komplexe Staatsorganisation mit unterschiedlichsten Playern. Ja, das sind halt die richtigen Aktionspläne, die wir euch jetzt mal vorstellen wollen. Eigentlich sollte jetzt was zur Vorratsdatenspeicherung kommen, kommt das danach? Okay, die Folie habe ich wohl eben aus Versehen gelöscht, stand auch nicht viel drauf. Vorratsdatenspeicherung ist halt geschehen. Also, da gibt es hier zwei, drei verschiedene andere Vorträge im Rahmen des Vortragsprogramms des 22c3, deswegen dachten wir, gehen wir darauf weniger ein, aber wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, das wäre die Chance gewesen, was zu unternehmen. Die Chance ist leider vor zwei Wochen verstrichen. Ja, wir hatten wieder dieselbe Situation im Europaparlament, wie immer. Die meisten Abgeordneten wussten überhaupt gar nicht, worüber sie abstimmen. Es gab wieder Deals sozusagen in geschlossenen Zimmern, die einen Kompromissvorschlag verabschiedet haben. Und es gab eigentlich keinerlei wirkliche gesellschaftliche Debatte, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Nur so als Hintergrund, der Deutsche Bundestag hat letztes Jahr geschlossen, über alle Fraktionen hinaus, gegen eine Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Da schließt man mal ein paar Deals auf Europaebene, einigt sich mit dem EU-Rat und jetzt muss der Deutsche Bundestag im nächsten Jahr die Vorratsdatenspeicherung einführen. Ja, und das wird noch bei anderen Richtlinien genauso drauf hinauslaufen. Deswegen jetzt mal den Überblick und wir fangen mal an mit der Fernsehrichtlinie. Kennt wahrscheinlich keiner. Ja, es geht halt um Fernsehen. Es geht halt darum, eigentlich einen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wie Fernsehen die nächsten 20 Jahre geregelt werden soll, politisch und so. Wo wir alle halt wissen, naja, das, was wir heute als Fernsehen kennen, das wird vielleicht noch die nächsten drei bis fünf Jahre so existieren, aber was danach kommen wird, ist halt relativ offen. Aber nichtsdestotrotz geht die EU gerade daran, für die nächsten 20 Jahre eine Richtlinie zu verabschieden. Und Oliver kann uns dazu mehr sagen. Ja, ist vielleicht ein bisschen seltsam, dass wir heute Abend über Fernsehen reden, aber es geht natürlich nicht allgemein um Fernsehen, sondern es geht um Content. Fernsehen ist bei uns, genauso wie Medienpolitik, das heißt in Deutschland immer noch Sache der Länder, aber die EU hat bestimmte übergreifende Zuständigkeiten, die den Binnenmarkt betreffen, das heißt Harmonisierung in dem Bereich. Und es geht natürlich auch darum, dass grenzüberschreitende Mediendienste, und hier besteht in erster Linie im Moment, bestehen gesetzliche Regelungen zum Bereich Fernsehen, also nicht Rundfunk. Der Hörfunk ist ausgenommen. Und da gibt es halt eine Richtlinie, die im Mittelpunkt steht, und die nennt sich noch Fernsehen ohne Grenzen. Das ist hier auch aufgeführt. Wer das nachschauen will, es gab ja vorhin schon eine Veranstaltung, wo ihr mit dem Lobbying bestens vertraut gemacht worden seid. Das folgende EU-Dokument ist hier dokumentiert, Richtlinie 89 552 EWG. Und das Ganze nennt sich ganz kompliziert zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit. Bislang ist das Ganze wirklich ausgerichtet auf Fernsehen. Das Ganze ist auch so definiert. Und zwar unter Fernsehen wird in dieser Richtlinie verstanden, also eine Fernsehsendung, die drahtlose oder drahtgebundene, erdgebundene oder durch Satelliten vermittelte, unverschlüsselte oder verschlüsselte Erstsendung von Fernsehprogrammen. Und jetzt wichtig, die zum Empfang durch die Allgemeinheit bestimmt sind. Und was bis jetzt nicht eingeschlossen sind, das sind Kommunikationsdienste, die auf individuellen Abrufinformationen oder andere Inhalte übermitteln, wie zum Beispiel, das nennt sich dann hier so schön in der EU-Amtssprache, Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und andere ähnliche Dienste. So, das ist der Status quo. Wichtig ist, dass es hier immer um Mindestbestimmungen handelt. Das heißt, die EU erlässt bestimmte Vorschriften, aber es ist in einzelnen Mitgliedstaaten. Bei uns passiert das dann im Rundfunkstaatsvertrag, zum Beispiel mit speziellen Vorschriften, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer noch strengere Maßstäbe anzulegen, als die grundlegenden Normen von der EU. Das heißt, die Umsetzung in den Mitgliedstaaten erfolgt dann individuell bei uns auf der Ebene von Staatsverträgen zwischen den einzelnen Bundesländern. So, worum geht es jetzt bei der Neufassung? Es geht natürlich einmal um die klassischen Kernpunkte der Fernsehrichtlinie, das heißt weiter um die freie Verbreitung der europäischen Fernsehprogramme. Und was auch mit eingeschlossen ist, ist eine Förderung europäischer Programme. Das heißt, es gibt bestimmte Vorgaben, dass Fernsehsender sich verpflichten müssen, also Fernsehsender, die auch einen bestimmten Auftrag erfüllen müssen. Dann geht es vor allen Dingen um frei empfangbares Fernsehen, mehr als die Hälfte der verfügbaren Sendezeit europäischen Werken vorzubehalten. Aber in der Debatte im Moment sind vor allen Dingen auch die Bestimmungen zu Werbung, Sponsoring und das umstrittene Thema Product Placement. Da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, weil es, ich beantworte da gerne noch Fragen zu, weil es in unserem Vortrag, dass sicherlich auch das, was hier vom größten Interesse ist, auf die Ausdehnung, auf sogenannte nicht-lineare audiovisuelle Dienste geht. Ein Projekt, was die Kommission, die zuständige Kommissarin des V. Reding, nämlich mit Nachdruck verfolgt und auch in den Konsultationen und Stellungnahmen und Reden immer wieder gesagt hat, ist die Weiterentwicklung dieser Fernsehrichtlinie im Zuge der Konvergenz zu einer sogenannten Content-Richtlinie. Und da dürften ja einige schon merken, dass das erhebliche Auswirkungen auch auf die Zukunft des World Wide Web haben wird. Ja, vorgeschlagen wird also eine Ausdehnung. Es gibt inzwischen zu dieser Fernsehrichtlinie einen offiziellen Vorschlag der Kommission, der dann auch in die entsprechenden parlamentarischen Beratungen vom Parlament und vom Rat eingebracht wird. Der ist kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden und kann auch im Web eingesehen werden, über die Seite der Europäischen Kommission und dann auf Informationsgesellschaft, audiovisuelle Politik und einfach Fernsehen ohne Grenzen eingeben und dann habt ihr das Ding. Ja, nee, lassen wir ruhig noch. Ja, audiovisueller Mediendienst, das heißt, die ganze Richtlinie wird in Zukunft nicht mehr Fernsehen ohne Grenzen heißen, sondern irgendwie so audiovisuelle Mediendienste ohne Grenzen wahrscheinlich. Definition ist folgender, ein audiovisueller Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund eines vom Mediendiensteanbieter ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt festlegt, zu einem bestimmten Programm übertragen wird. Das heißt, zukünftig werden auch nicht-lineare Dienste, sogenannte Abrufdienste, unter bestimmten Mindestanforderungen der europäischen Ebene liegen. Ja, im Fernsehen sind diese Mindestanforderungen betreffen, was sicherlich für diese neuen Dienste nur bedingt relevant ist, vor allen Dingen Regelungen, die die Werbung betreffen. Da gibt es auch einen Begriff für die nicht-linearen Dienste dann, der nennt sich kommerzielle Kommunikation, aber auch Schutz der Menschenwürde, Jugendschutz und bestimmte Beschränkungen, was illegale Inhalte anbetrifft, also zum Beispiel Aufstachelung zum Hass. Ja, vielleicht nochmal ein Überblick. Insgesamt geht es also in dieser Richtlinie dann um Regelungen für audiovisuelle Inhaltsdienste. Es geht um ein Recht auf Information und Kurzberichterstattung, was aber die Fernsehsender betrifft. Das heißt, dass es auch Sendern, die nicht im Besitz von Exklusivrechten sind, ermöglicht werden soll, über wichtige gesellschaftspolitische Ereignisse, das kann Sport, Unterhaltung, Politik, alles sein, kurze Berichte auszustrahlen. Es geht auch um kulturelle Vielfalt, das habe ich angeschnitten, Förderung europäischer und unabhängiger Produktionen. Es geht um den Bereich kommerzielle Kommunikation, das sind halt vor allen Dingen Werberegelungen für audiovisuelle Inhaltsdienste. Es geht um den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde. Und es geht auch um das Thema Medienpluralismus. Allerdings hat dort die Kommission bis auf dieses Recht auf Kurzberichterstattung leider keine Vorschläge gemacht, die die Situation dort verbessern können. Kommen wir zu den audiovisuellen Inhaltsdiensten. Die Kernfrage ist natürlich vor allen Dingen dann bei diesen nicht-linearen Diensten, welche Dienste überhaupt betroffen sind. Also ein Stichwort, was in den Diskussionen fällt und was natürlich vollkommen logisch ist und erst einmal auch weniger brisant klingt, ist natürlich ein Thema Video on Demand. Das heißt dann Spielfilme auf individuellem Abruf in der Regel. Aber es fallen auch andere Begriffe, die von diesen nicht-linearen Diensten umfasst sein sollen. Und da ist zum Beispiel ein Stichwort auch Web-Nachrichtendienste allgemein. Und da kann man ja schon mal weiterdenken, dann auch in Richtung Web-Blogs, Video-Blogs und so weiter. Das heißt, es ist zwar ausdrücklich in den entsprechenden Erläuterungen vorgesehen, dass private Kommunikation ausgeschlossen ist, dennoch stellt sich natürlich die Frage, wo ist die Grenze von privater Kommunikation hin zu meinungsbildender Kommunikation beziehungsweise zu Massenkommunikation. Und da stellt sich natürlich die Frage, was mit Web-Blogs, Video-Blogs, Streaming-Plattformen und so weiter passiert. Also eine lustige Sache ist beispielsweise, in dieser Debatte geht es, wenn man sich das medial betrachtet, aufgrund der Nachrichten und so weiter, hauptsächlich darum, wer hat das Recht, kostenlos Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung zu bringen. Also ja, anscheinend beschäftigt das die meisten Journalisten und so weiter, dass die Tagesschau weiterhin 90 Sekunden Zusammenfassung der Bundesliga berichten darf. Aber was bedeutet es zum Beispiel für den Besitzer eines Video-Blogs, der halt praktisch auch ein Sender ist? Ein Video-Blog ist keine private Kommunikation, weil man eigentlich schon öffentlich sozusagen sendet. Es ist nicht linear. Also eigentlich könnte man auch annehmen in dieser Definition, dass halt jedes Video-Blog zukünftig 90 Sekunden Bundesliga übertragen dürfte. Aber in dieser ganzen Debatte tauchen halt neue Technologien wie Web-Blogs, Video-Blogs und so weiter noch nicht auf. Da sitzen halt lauter Politiker, Lobbyisten und so weiter, die reden halt über, ja, GPS, UMTS, Kabelfernsehen und so weiter und denken, sie haben die nächsten 20 Jahre vor sich an Technologie und so weiter. Und währenddessen passiert draußen im World Wide Web im normalen Leben eine Medienrevolution, dass auf einmal jeder eigentlich praktisch ein Sender sein kann. Und das ist halt so einer der Hauptkritikpunkte an dieser Richtlinie, dass sie halt von dieser traditionellen Industriegesellschaftsdefinition von Sender ausgeht und für die nächsten 20 Jahre eine neue Richtlinie, eine neue Rahmenbedingung festschreibt, wo halt ja diese umwerfende Medienrevolution überhaupt gar nicht eingeplant ist, gar nicht auf dem Fokus ist. Und ja, da ist es halt interessant, ob es den Politikern noch gelingt, das zu realisieren und inwiefern eine Fernsehrichtlinie, ja, so wie sie derzeit passiert, Auswirkungen haben wird in den nächsten Jahren auf Web-Blogs, Video-Blogs, alles, was wir eigentlich im Netz so machen. Ja, wichtig ist dabei natürlich wirklich zu beachten, die EU ist in dem Sinne ja auch nicht wahnsinnig oder will jetzt was regulieren, was nicht zu regulieren ist. Es bleibt natürlich immer noch den Mitgliedstaaten vorbehalten, individuelle Regulierungen vorzunehmen. Das heißt, wenn bei uns im nächsten Jahr das Telemediengesetz dann zum Beispiel neu gestaltet werden soll, also auch unter Einbeziehung von Mediendiensten, dann ist es natürlich auch nach wie vor dem deutschen Gesetzgeber überlassen, hier spezielle Vorschriften für Video-Blogs, Webcasting und so weiter zu erlassen. Das muss dann nicht unbedingt von der EU kommen. Wichtig ist, dass es hier wirklich um audiovisuelle Inhalte geht. Das heißt, es geht nicht um Bilder, um Fotos, es geht auch nicht um Audio-Mitschnitte, das heißt, Hörfunk, Musik und so weiter, das Ganze ist nicht erfasst. Und da muss man sich dann, denke ich, auch noch mal ganz genau, das werden wir gleich noch mal machen, die einzelnen Definitionen angucken. Wichtig ist trotzdem, dass diese nicht-linearen Dienste dann, je nachdem welcher Dienst darunter fällt, bestimmten Mindestanforderungen genügen werden müssen in Zukunft. Das heißt, das betrifft den Jugendschutz. Jugendschutz, Verbot der Aufstachelung zum Hass, Kennzeichnung des Mediendiensteanbieters, das ist dann ähnlich der Impressumspflicht bei Homepages, Kennzeichnung kommerzieller Kommunikation, das heißt, wenn bestimmte Formen der Werbung verwendet werden und auch qualitative Beschränkungen, die im Fernsehen gelten, zum Beispiel Werbung für Alkohol oder Jugendschutzvorschriften. Ja, wie begründet die EU ihr Vorgehen bei der Übertragung von einer Fernsehrichtlinie in audiovisuelle Mediendienste? Sie sagt, diese Dienste leiden derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit, ungleichen Wettbewerbsbedingungen und mangelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und deshalb sei es notwendig, zumindest bestimmte gemeinsame Grundvorschriften auf alle audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, um einerseits Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden und andererseits die Rechtssicherheit zu verbessern. Also mit anderen Worten, Harmonisierung, das Stichwort auf europäischer Ebene und Rechtfertigung eigentlich für alles. Ausdrücklich ist gesagt, dass mit der Neufassung die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet werden, neue Lizenz- oder Genehmigungsverfahren zu erlassen und es gibt auch ausdrückliche Verweise auf Co- und Selbstregulierung, das heißt, die EU schreibt auch keine Vorabprüfung bei problematischen Inhalten per se vor. Nochmal zur Begriffsdefinition. Audiovisuelle Mediendienste umfassen alle Dienste der audiovisuellen Massenmedien. Das ist natürlich dann auch in juristischer Hinsicht ein wichtiges Stichwort. Aber unabhängig davon, jetzt zukünftig, ob diese nach Programmplan oder auf Abruf bereitgestellt werden, es umfasst nur Dienstleistungen aller Arten, die wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen, Dienstleistungen, die im EG-Vertrag festgelegt sind, da ist nochmal ein entscheidender Punkt, wo man nochmal genau nachschauen muss, und gilt nicht für zum Beispiel rein private Webseiten, die auf nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten beruhen. Aber auch hier haben wir das Problem, sobald ein Videoblog oder ein Podcasting-Blog überhaupt nur Google-Ads drauf hat, fällt es sofort unter die Definition kommerziell. Das muss man halt immer bedenken. Ja, und was diese Umfasstheit der audiovisuellen Mediendienste angeht, es geht nicht um Webangebote, das ist ausdrücklich in der Richtlinie aufgeführt, die lediglich zu sogenannten Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente erhalten. Das heißt, das hatte ich am Anfang schon mal, keine animierten grafischen Elemente, kleine Werbespots steht hier, was immer das ist, oder Informationen über ein Produkt, oder nicht audiovisuelle Dienste. Sie gilt auch nicht, das ist auf Druck der Verleger eingebaut worden, für die elektronische Ausgabe von Zeitungen und Zeitschriften, und der Begriff audiovisuell bezieht sich auf bewegte Bilder, mit oder ohne Ton. Er umfasst somit Stummfilme, und jetzt ist wichtig, nicht aber Tonübertragung oder den Hörfunk. Das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Okay, kommen wir zur nächsten Richtlinie, beziehungsweise Harmonisierung, und zwar Harmonisierung des Frequenzspektrums. Ja, Frequenzspektrum ist eine spannende Sache, wird normalerweise über die ITU geregelt, die International Telecommunication Union, das ist eine EU, eine UN-Behörde, ja, des Post- und Telekommunikationsbereiches, und auf europäischer Ebene strebt man halt eine Harmonisierung an. Ja, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Formen oder technischen Bereitstellungen einer Gesellschaft zukünftig Auseinandersetzungen herbeiführen, beziehungsweise eine begehrte Ressource werden, dann sind da sicherlich die Frequenzen. Bis jetzt war das Frequenzspektrum relativ überschaubar, das heißt, es waren für bestimmte Dienste Bandbreiten reserviert, also natürlich auch für Rundfunk, dann gab es noch mal bestimmte Bereiche, die dann für Notrufe und so weiter reserviert sind, aber durch die Digitalisierung haben wir ein breiteres Frequenzspektrum, und es fallen auch dadurch, dass zum Beispiel die terrestrische Rundfunkübertragung an Bedeutung verliert, auch Frequenzen weg, die dann frei werden, und da kann man sich natürlich alle möglichen schönen Sachen überlegen, die mit diesen freien Frequenzen passieren, und deswegen wird natürlich auch zukünftig eine Auseinandersetzung stattfinden, inwieweit kommerzieller Handel mit Frequenzen erlaubt wird, inwieweit es für nicht kommerzielle Angebote, das heißt, bis hinunter zur Form von Bürgerfunkmedien, dann Frequenzen genutzt werden können, oder inwieweit es zukünftigen Technologien, die dann womöglich weiterhin in der Hand von Medienkonzernen sind, mit UMTS oder so das Frequenzspektrum zugeschlagen wird, das heißt, das wird eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, das hat natürlich auch die EU-Kommission erkannt, es geht immer darum, den Binnenmarkt voranzubringen, und die Kommission hat auch festgestellt, dass der Handel mit Frequenzen zukünftig den Binnenmarkt beleben kann, und hat deswegen ausdrücklich vorgeschlagen, auch demnächst kommerziellen Handel mit Frequenzen grenzüberschreitend zuzulassen. Also was wir hier erleben, ist eigentlich auf europäischer Ebene eine Verscherbelung des Tafelsilbers. Also Frequenzen gibt es nicht allzu viele. Es ist auch noch nicht so wirklich klar, was man alles mit Digitaltechnik, mit den Frequenzen machen kann, aber die EU geht jetzt hin und möchte halt diese, ja, eigentlich knappe Ressource, Frequenzspektrum, meist bieten auf dem Markt Verschabeln, wo halt noch gar nicht absehbar ist, ob es nicht zukünftig irgendwie gesamtgesellschaftlichen Nutzen davon geben könnte, dass halt beispielsweise die EU bestimmte Frequenzbänder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dass halt neue Dienste entstehen können. Also zum Beispiel bei WLAN haben wir nur zwei einzelne Frequenzbänder, und die sind bald komplett belegt. Wieso nicht mehr fürs WLAN öffnen, damit halt Bürger neue Dienste schaffen können, sozusagen. Dass halt solche Technologien, die eigentlich jedem die Teilhabe bieten und wo halt auch Innovation ziemlich schnell entfacht werden kann, dass halt 15-Jährige mit Antennen rumbasteln und neue Dienste schaffen, irgendwie aufgrund ihres, ja, Gehirnschmalzes sozusagen, geht man halt lieber hin, um zur, ja, Anfeuerung des Binnenmarktes, meist bietend jetzt zum jetzigen Zeitpunkt oder im nächsten Jahr, diese knappen Ressourcen zu verkaufen. Und wenn die erstmal verkauft sind, können wir in zehn Jahren damit nicht viel machen, sozusagen, wenn es auf einmal ganz andere Nutzen geben kann, weil man schafft neue Monopole auf diese Frequenzbänder. Gut, was die generelle Einteilung und Reservierung der Frequenzen angeht, ist die Kommission auf internationale Gremien angewiesen. Das heißt, es findet im Rahmen der International Telecommunications Union, also ITU, das ist eine Organisation der UNO, findet diese Aufteilung des Frequenzspektrums statt. Und deswegen hat die Kommission auch gleich gesagt, dass sie sich darüber hinaus noch detaillierte Vorschriften, eventuell dann in Form von Richtlinien, für Massenanwendungen, die auch zukünftig das Frequenzspektrum betreffend vorstellt. Da zählt zum Beispiel Ultra-Breitband-Techniken, haben wir gerade darüber gesprochen, Drahtloser Breitbandzugang zu, aber auch Dinge, die hier auch eine Rolle spielen, Strichkodes für Funkentiketten, also die RFID-Problematik. Nichtsdestotrotz hat sich die Kommission auch darüber Gedanken gemacht und hat auch gesagt, sie will, es ist im Moment ein Konsultationsverfahren, die ganzen Regelungen sollen nicht vor 2010 greifen, auch Möglichkeiten für lizenzfreie Funkfrequenzen untersuchen. Das heißt, es geht darum, dass Frequenzbänder dann von mehreren Interessenten gemeinsam genutzt werden können. Und der klassische Fall, in dem Sinne auch für Medien von unten am wichtigsten, ist dann der drahtlose Funkzugang, also Wi-Fi. Ja, wie läuft das Ganze ab? Hier steht es schon, im Mai 2006 soll im Rahmen der ITU, soll sobald soweit, ein neuer globaler Frequenzplan verabschiedet werden. Die Aufteilung der Regionen ist dabei ganz interessant und ganz kompliziert. Das heißt, da sind Europa und auch weite Teile von Asien zum Beispiel mit in einem Boot. Da geht es um Längengrade. Und wir zählen zur ITU-Region 1. Alle Länder westlich des 170. östlichen Längengrads und nördlich des 40. südlichen Breitengrads, außer der Mongolei. Und dann zählt zum Beispiel auch der Iran zu diesen 120 Staaten, die diese Neuordnung des Frequenzspektrums betrifft. Ja, das Ganze passiert auf der sogenannten regionalen Funkkonferenz, der ITU-AAC genannt. Und es geht im Wesentlichen um ein freiwerdendes Spektrum von Rundfunkfrequenzen, das hatte ich schon gesagt, die jetzt noch für den terrestrischen analogen Rundfunk reserviert sind. Das sind ungefähr 300 bis 375 Megahertz. Und dann geht es vor allen Dingen um die Frequenzen, die bereits jetzt für sogenannte neuen terrestrischen digitalen Rundfunk, also sowas wie DVB-T reserviert sind. Das sind Frequenzbänder im Spektrum 170 bis 230 Megahertz und dann gibt es nochmal bei 470 bis 862. Ja, Schlüsselfragen werden in der sogenannten Gruppe für Frequenzpolitik innerhalb der Kommission, RSPG, erledigt. Es geht natürlich auch um eine Planung hin auf die Abschaltung des analogen Rundfunks, der EU-weit, da wird es verschiedene Rollouts geben in den einzelnen Ländern, für 2012 vorgesehen ist. Und die Frage, die sich die Kommission stellt, ist halt einmal, was passiert mit den Frequenzen, die jetzt noch für den terrestrischen Rundfunk reserviert sind und die weiter genutzt werden sollen, aber unter anderen technischen Voraussetzungen. Das heißt, HDTV, Erhöhung der Programmzahl oder auch, wie das beim PTV der Fall ist, mehrere Kameraperspektiven. Das heißt, dass man auch dort wieder für eine kommerzielle Weiterentwicklung von terrestrischer, dann digitaler Rundfunkübertragung, Frequenzen reserviert. Es geht natürlich auch um Funkfrequenzen für konvergente Rundfunkdienste, Mischangebote aus Rundfunk- und Mobilfunkdiensten. Das heißt vor allen Dingen auch UMTS und natürlich auch neue Nutzungsarten, also alles, was in diesem Bereich 3G-Mobilfunkdienste einzuordnen ist. Ja, machen wir weiter. Okay, nächstes Ding ist mal keine Direktive. Das ist ein Actionplan. Auch sehr beliebt auf europäischer Ebene. In diesem Fall geht es um Jugendschutz, wie es wahrscheinlich der Titel auch schon suggeriert, Safer Internet Action Plan. Ja, und wir haben nur mal kurz die Ziele aufgeschrieben. Also so ein Actionplan ist normalerweise verbunden mit Fördertöpfen. Da gibt es dann halt EU-Gelder. Und davon werden Projekte finanziert, die halt die Ziele eines Actionplans sozusagen umsetzen. Und das sind nur die Ziele. Und wenn man sich die durchliest, dann denkt man die ganze Zeit, hm, Horror. Weil da geht es halt um Kampf gegen illegale Inhalte. Ja, schwierige Definition, was ist illegal, was nicht und so weiter. Aus Sicht der Jugendschützer ist viel mehr illegal als aus Sicht von Kämpfern für die Meinungsfreiheit beispielsweise. Es geht um Bekämpfung unerwünschter und schädlicher Inhalte. Hier kann sowohl Spam drunter stehen, als auch der neueste Quentin Tarantino-Film. Keine Ahnung. Es geht um Förderung eines sicheren Umfeldes. Das ist eigentlich so eine riesige Beschäftigungstherapie für Medienpädagogen und so weiter. Und es geht um Sensibilisierung. Hier ist eigentlich dasselbe Situation. Also normalerweise geht man dann hin, beispielsweise wie das Portal klicksafe.de. Das ist ein ganz faszinierendes Portal. Das wird von der Landesmedienanstalt in NRW zusammen mit der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz gemacht. Zusammen mit der EU-Kommission im Rahmen dieses Safer Internet Action Plans. Und die haben halt ein Portal namens klicksafe.de gemacht. Da werden halt Jugendlichen Tipps gegeben oder Kindern, wie verhält man sich im Internet. Also größtenteils ist es auch ganz in Ordnung und wichtig und so weiter, dass man sowas macht. Und dann wurde halt beispielsweise dieses Portal gelauncht. Und ich las nur bei Heise. 1,3 Millionen gehen in dieses Projekt rein. Und ich machte mir schon große Sorgen. Oh Gott, die fangen jetzt an, Filtersoftware herzustellen, weil Landesmedienanstalt NRW, Büssow, Internetsensoren NRW, hatten wir alle schon mal. Und ich guckte mir nur das Portal klicksafe.de an und dachte mir, okay, 1,3 Millionen, das Portal hat vielleicht 15.000 gekostet. Mal gucken, wo der Rest des Geldes hingeht. Und dann dachte ich, rufe ich da einfach mal an. Und das war halt echt spaßig, weil ich war wohl anscheinend einer der Ersten, die da anriefen und gab mich halt Chaos Computer Club, Datenschleuder aus und so weiter und hatte dann irgendwann nach ein paar Mittagspausen die richtige Frau erwischt, die dann erst mal anfing, mir zu erzählen, worum es da geht und so weiter und die halt noch nie irgendwie so ein bisschen Social Engineering irgendwie erlebt hat. Und ich versuchte halt herauszufinden, wie viel Geld von diesen 1,3 Millionen Euro jetzt in die Förderung von Filtertechnologien geht, wie ich halt damals fälschlicherweise annahm. Aber die Frau schaffte es mir, innerhalb von einer Viertelstunde zu erklären, dass das ganze Geld irgendwie komplett verschwendet wird. Also da muss man halt erst mal zwei Stellen schaffen auf zwei Jahre und naja, in solchen Rahmenbedingungen sind die Stellen halt ein bisschen teurer, als ich es normalerweise gewöhnt war. Dann müssen die halt die ganze Zeit zu irgendwelchen Vernetzungstreffen auf europäischer Ebene. Da waren nochmal 50.000 Euro weg sozusagen und noch und noch und noch und dann ist da noch so ein kleines Portal, was halt nicht schlecht ist, brauchen wir mehr, also Jugendliche müssen auch informiert werden, was es für schädliche Inhalte gibt. Es waren ein paar handwerkliche Fehler drin, die habe ich Ihnen erklärt, aber im Endeffekt konnte die Frau mir guten Gewissens erklären, sie geben kein Geld für Filtertechnologien aus. Und ich war echt glücklich. Irgendwann stellte sie halt fest, dass sie mir Informationen gegeben hatte, die eigentlich nicht so sehr für die Öffentlichkeit bestimmt war und ob sie nicht genau wusste, dass sie jetzt mir weitere Informationen geben kann. Aber ja, vermutlich gibt es aus diesem Fördertop noch genug andere Projekte, die nicht so viel Geldverschwendung machen wie klicksafe.de, sondern tatsächlich Filtersoftware herstellen, Filtersoftware irgendwie ausprobieren und so weiter und darüber Jugendschutz entforcen wollen. Ja, also es ist gerade, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das die Ausschreibung für den neuen Internet, Safer Internet Action Plan abgelaufen. Ich glaube für die Periode 2008 bis 2010, da muss man sicherlich nochmal genau gucken, welche Projekte da eben im Einzelnen gefördert werden. Es ist schon so, dass natürlich auch Filterprogramme, Verfeinerung von Filtertechniken aus diesem Topf gefördert werden. Es werden aber auch die zahlreichen Selbstregulierungsorganisationen profitieren davon, die sich vor allen Dingen für den Kinder- und Jugendschutz einsetzen. Das war bei uns zum Beispiel die freiwillige Selbstkontrolle Medien. Da gibt es einen europäischen Zusammenschluss. Das sind dann hauptsächlich Hotlines, wo man dann illegale, schädliche Inhalte melden kann, die man dann im Web gefunden hat und die dann versucht werden sollen, zumindest wenn sie auf europäischer Ebene gehostet werden, dann zu sperren. Auch Projekte, die in dem Zusammenhang entwickelt werden, zum Beispiel das Kennzeichnungssystem ja auch sehr umstritten, ICRA, auch das wird aus dem Safer Internet Action Plan gefördert. Das heißt, im Vordergrund steht schon der Bereich Kinder- und Jugendmedienschutz und jetzt weniger der Bereich, wobei die EU da natürlich auch sehr aktiv ist. Das hat weniger mit diesem Programm zu tun, Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, okay, das hatten wir eigentlich am Anfang. Vorratsdatenspeicherung ist ein bisschen verrückt. Ist gelaufen. Wer es jetzt immer noch nicht mitbekommen hat. Okay, da gibt es noch eine weitere Konsultation. Eine Konsultation ist halt etwas, da geht die EU-Kommission hin und befragt europäische Bürger, Verbände, Firmen und so weiter. Gebt doch mal Stellung zu einem neuen Thema. Ja, und in diesem Fall geht es halt um Verwertungsgesellschaften. Wir wollen da nicht viel näher drauf eingehen, aber Verwertungsgesellschaften, ja, müssen natürlich auch harmonisiert werden in Europa. Aber ausnahmsweise könnte das vielleicht mal ganz gut sein, weil wenn man sich zum Beispiel in Deutschland Verwertungsgesellschaften anschaut, dann haben wir halt die GEMA, die VG Wort, die VG Bild, eigentlich kaum Wettbewerb. Entweder man ist bei der GEMA Mitglied oder nicht. Wenn man da nicht Mitglied ist, hat man Glück, kann man Creative Commons Werke veröffentlichen im Internet und hat keine Probleme. Ist man bei der GEMA Mitglied, darf man eigentlich keine Creative Commons Werke veröffentlichen. Aber nur kurz dazu gesagt, wenn die EU in den nächsten Jahren ein bisschen mehr in die Richtung Harmonisierung der Verwertungsgesellschaften gehen wird, dann haben wir auch die Chance, mal eine eigene Creative Commons Verwertungsgesellschaft aufzumachen. Und in einigen Kreisen tendiert das schon irgendwie in die Richtung, das ist eine Geldschäfelmaschine, damit könnten wir die ganze netzpolitische Bewegung irgendwie refinanzieren. Aber das nun mal so ein bisschen in die Richtung, da gibt es noch nicht mehr, 100 Stellungnahmen sind eingegangen in alle Richtungen. Ja, müssen wir mal nächstes Jahr abwarten, das wird noch mal kommen. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Also umstritten ist vor allen Dingen, was jetzt die europaweite Harmonisierung von Verwertungsgesellschaften angeht, das ist wie gesagt ein Prozess, der noch keinesfalls irgendeinen legislativen Status hat. Da geht es lediglich im Moment, aber es ist natürlich auch schon ein bedeutsamer Vorgang zu einem Anhörungskonsultationsverfahren, ist, dass die EU festgestellt hat, dass der Online-Musikhandel, also der kommerzielle Handel mit Musik angeblich dadurch gebremst wird, dass es halt notwendig ist, bei sämtlichen nationalen Verwertungsgesellschaften Lizenzen einzuholen. Wir haben in Deutschland ein sehr breites Spektrum an Verwertungsgesellschaften für unterschiedliche Medien, teilweise auch für selbe Medien mit unterschiedlichem Repertoire. Die Verwertungsgesellschaften haben nicht nur Verwaltungstätigkeiten, sondern auch einen sozialen Auftrag. Das heißt, es gibt dort eine vielfältige Landschaft, über die auch Künstlerinnen und Künstler dann letztendlich Tantiemen bekommen und teilweise dann auch die Rechteinhaber und Verleger. Das ist in europäischen Staaten, anderen Staaten sehr unterschiedlich. Dieses System, was wir haben mit Verwertungsgesellschaften oder auch mit Lehrmedienabgaben, ist nicht unbedingt europaweit Usus. Was befürchtet wird, wenn es dort zu einer Harmonisierung kommen sollte? Das heißt, wenn es gar europaweit tätige Verwertungsgesellschaften geben sollte, was bis jetzt nicht der Fall ist. Es gibt natürlich Rahmenabkommen. Oder aber, wenn dann Inhaber von Online-Musikrechten zum Beispiel sich eine Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl, das ist eine ähnliche Debatte wie bei der Dienstleistungsrichtlinie und das Herkunftsland-Prinzip, das vielleicht was sagt, dann eine Verwertungsgesellschaft aussuchen könnten, ist, dass auch hier Dumping befürchtet wird zu Ungunsten der Urheber und Urheberinnen, wenn man sich eine Verwertungsgesellschaft aussucht, die dann vielleicht besonders rechteinhaberfreundlich ist, wo dann vielleicht die Urheber und Urheberinnen nicht so viel bekommen. Oder auch, dass halt Monster geschaffen werden, Verwertungsgesellschaften, was auch letztendlich der Vielfalt und damit der Möglichkeit auch von verschiedenen Seiten dann Geldflüsse zu bekommen, einschränken könnte. Also das steht auch im Vordergrund von dieser Debatte. Ja, kommen wir zur nächsten Richtlinie. Die gibt es schon lange. Die EU-Datenbank-Richtlinie von 95. Ja, hier geht es darum, alle Inhalte, die halt in Datenbanken abgelegt werden, sollten geschützt werden, und zwar mit einem besonderen Schutz, der ja anders geregelt ist als das Urheberrecht. Und unter diese Datenbank-Richtlinie, die halt 15 Jahre Schutzfrist vorsieht, fallen auch so Zusammenstellungen von Informationen oder allgemeinen Daten wie Telefonbücher, streng geschützt, Hitlisten, Ergebnislisten von Fußballspielen, auch streng geschützt so, oder aber beispielsweise Wetterdaten. Ja, relativ ungeklärt ist noch so, was halt mit wissenschaftlichen Ergebnissen ist, die halt irgendwo abgelagert werden. Und ich sehe gerade, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen grammatikalisch falsch zusammengesetzt, aber egal. Ja, auf jeden Fall, diese EU-Datenbank-Richtlinie ist eigentlich einzigartig in der Welt. Also die USA haben sowas nicht. Und normalerweise kopieren wir eigentlich alle Schlechte, was die USA machen, so zwei Jahre später in Europa, oder probieren es zuerst aus, wenn die Amis sich das nicht trauen. Bei dieser Richtlinie haben sie eigentlich komplett die Finger von gelassen. Und mittlerweile ist man auch in der Europäischen Union so ein bisschen auf den Trichter gekommen, naja, vielleicht war es nicht so ganz klug, dass man diese Richtlinie hat. Weil, wenn man sich beispielsweise Wetterdaten anschaut, haben wir in Deutschland oder in Europa praktisch keinen Wettbewerb. Also jeder, der halt Zugriff auf Wetterdaten und so weiter haben möchte, muss erst mal so, ja, Verträge abschließen, Lizenzen kaufen und so weiter. Und bis man halt mal Wetterdaten verwenden kann, ist einiges an Geld und Ressourcen geflossen. In den USA beispielsweise sind Wetterdaten frei, relativ frei verfügbar. Es gibt sehr viele Innovationen darum, was man alles mit Wetterdaten anstellen kann. Und ja, findige Programmierer können wahrscheinlich viel mehr damit anfangen als ich so. Aber auf jeden Fall hat man dann mal gedacht, in Europa, ja, machen wir mal einen Evaluationsbericht. Das ist auch immer sehr beliebt, so Evaluation, so nach fünf bis zehn Jahren ist eigentlich auch ganz gut so, dass man mal halt zumindest solche Evaluationsfristen einsetzt. Also vor allen Dingen gut auch in diesem Fall, weil der Bericht liegt jetzt vor, ich glaube seit zwei Wochen oder so, und festgestellt hat man, naja, keinerlei nennenswerte gesellschaftlichen Effekte auf die Produktion kommerzieller Datenbanken. Also eher im Gegenteil so. Jetzt muss man sich halt überlegen, was macht man mit dieser Richtlinie? Der Rest der Welt will sie eigentlich nicht. Auf Ebene der World Intellectual Property Organization wurde die auch gar nicht weiter diskutiert. Ja, jetzt geht es gerade so mehr oder weniger die Diskussion, kriegen wir sie jetzt weg oder kriegen wir sie nicht weg? Aber auch hier haben wir wiederum das Problem, die Rechteinhaber finden sie eigentlich ganz toll so, auch wenn sie halt keinerlei nennenswerten gesellschaftlichen oder kommerziellen Effekte haben. Aber wer halt Ergebnislisten von Fußballspielen irgendwie in seinen Datenbanken drin hat, für den ist es wahrscheinlich geldwerter Vorteil. Ich denke, das hast du ganz umfassend erläutert. Okay, auf jeden Fall Datenbankrichtlinie, wenn wir Glück haben, ist sie nächstes Jahr weg, ohne dass wir viel tun müssen. Ja, kommen wir zu einer Richtlinie, die eigentlich zwei sind. Die Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums. Es ist eine Richtlinie, die ist auf europäischer Ebene schon beschlossen worden, wir haben sie jetzt aber auch nur nochmal reingenommen, weil die wird gerade in der Version 2.0 nochmal neu gemacht. Und bis dahin müssen wir parallel die erste Richtlinie auf nationaler Ebene, also in Deutschland, durchsetzen. Und diese Richtlinie ist, war es letztes Jahr, ich glaube sogar vorletztes Jahr, beschlossen worden auf europäischer Ebene. Und ursprünglich war sie zur Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie gedacht. Dazu muss man sagen, die Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie finde ich voll toll und wichtig und sollte man auch irgendwie angehen. Aber diese Richtlinie ist eigentlich nicht dazu da, also vielleicht so zum Teil, aber auch nicht wirklich so, beziehungsweise gab es da noch die Frau Fortou. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Frau Fortou nur wenige. Frau Fortou ist eine französische, konservative Abgeordnete im Europaparlament, die leider Schattenberichterstatterin für diese Richtlinie war. Und als Schattenberichterstatterin ist man eigentlich der König in der eigenen Fraktion. Man kann halt allen anderen Abgeordneten in der eigenen Fraktion so erklären, worum es geht in dem einen Thema, weil jeder ist Schattenberichterstatter für irgendein Thema und der Rest hat gar keine Ahnung davon. Und man gibt halt sozusagen Empfehlungen ab. Und Frau Fortou war natürlich komplett unbefangen, sie war nur verheiratet mit Herrn Fortou. Und Herrn Fortou war der Geschäftsführer von Vivendi Universal. Und jetzt ist er nur noch Aufsichtsratschef. Und Vivendi Universal ist sozusagen sowas wie Bertelsmann und Telekom zusammen in Frankreich. Also schon der Big Player in Frankreich in der Medienwelt. Und natürlich ist Frau Fortou vollkommen unbelastet davon. Sie hatten zusammen mit ihrem Mann so eine Stiftung und die Stiftung hat genug Aktien von Vivendi Universal. Und mit jedem weiteren Gewinn von Vivendi Universal kriegt die Familie Fortou irgendwie mehr Tantien und so weiter. Und Frau Fortou hat es tatsächlich fertiggebracht, ohne rot zu werden, in dieser Richtlinie eine Ausweitung auf nicht kommerzielle Verletzungen durchzusetzen. Und stand dann halt immer mit Rehaugen vor allen anderen und erklärt, ich bin überhaupt nicht befangen und das ist trotzdem wichtig und wir müssen ja die Medienindustrie stärken. Und jetzt gibt es auf einmal, ohne, also das Ziel der Bekämpfung kommerzieller Produktpiraterie, wurde zwar erreicht, aber mit dem Kollateralschaden, dass jetzt eigentlich jeder betroffen ist. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, die Definition von geistigem Eigentum, da fällt das Urheberrecht drunter, Markenrecht, Patente, Softwarepatente und so weiter. Ja, wenn man irgendein geistiges Eigentum verletzt, ich meine, das macht man eigentlich schon, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit, in der Kneipe Happy Birthday singt, macht man sich eigentlich schon der Verletzung geistigem Eigentums strafbar. Also in diesem Fall noch nicht strafbar, da kommen wir später dazu. Man konnte leider nicht alles, wie gewollt, irgendwie auf europäischer Ebene im ersten Schritt durchbringen, deswegen hat man das Ganze leicht abgefedert durch den Kompromissvorschlag, wir machen nur zivilrechtliche Sanktionen. Also der Unterschied zwischen strafrechtlich und zivilrechtlich ist, zivilrechtlich klagt dich jemand an und du hast immer noch eine theoretische Chance, dir einen teuren Anwalt leisten zu können, vor Gericht zu gehen, dagegen zu klagen. Bei strafrechtlichen Sachen, naja, kann man sich sofort einen Pflichtanwalt holen, um nicht allzu lange im Knast zu sitzen. Vielleicht da noch eine kurze Ergänzung. Viele von euch werden auch die Debatte zum sogenannten zweiten Korb, da geht es darum, dass das Urheberrecht weiter reformiert werden soll in Deutschland Richtung Digitalisierung und da ist immer die Rede von der sogenannten Bagatellklausel, die die Frau Zypris vorgeschlagen hat, das heißt, dass Urheberrechtsverletzungen im privaten Bereich in geringerem Umfang dann straffrei gestellt werden soll. Aber wichtig ist wirklich straffrei, das heißt, zivilrechtlich ist es nach wie vor möglich, auch dann Verfolgung einzuleiten. Das heißt, wenn ein Rechteinhaber, ein Schüler, eine Schülerin auch wegen einer illegalen MP3 verklagen will oder wegen fünf, dann ist das nach wie vor möglich. Also dieser Begriff wird häufig auch verwechselt, dass es da generell darum geht, dass dann keine zivil- oder strafrechtliche Verfolgung stattfindet und das ist falsch. Also im zweiten Korb haben wir jetzt mal ausgelassen, das ist auch eine endlose Geschichte. Kann man auch nur zu sagen, zu der Bagatellklausel, da denkt unsere Justizministerin Zypris tatsächlich, wer mal den neuesten Robbie-Williams-Songs runterlädt, der kommt nicht sofort in den Knast. Da fragt man sich halt, hallo Realität, wer mal einen Song runterlädt, das ist nicht die Realität. Also ich habe so einen iPod, so die modernen Teile, passen 40.000 MP3s drauf, die müssen ja irgendwo herkommen. Und deswegen sehen wir es eigentlich als sehr positiv an, dass die ersten Staatsanwaltschaften sich unseren Forderungen anschließen, dass, wenn man eine Bagatellklausel nimmt, dann sofort so eine Grenze im vierstelligen Bereich einführt. Und zwar nicht nur den neuesten Robbie-Williams-Songs, sondern irgendwie die 50 Alben, die man auf seinem iPod mit sich herumschleppt, so was halt an die tausend Lieder wären. Aber das ist eine andere Frage. Aber um nochmal den Bogen zu spannen zum zweiten Korb, im zweiten Korb, der halt irgendwann jetzt wieder aufgenommen wird, war eine Hauptforderung der Rechteinhaber, ein Auskunftsrecht oder einen Auskunftsanspruch zu verlangen. Und zwar brauchen die das deswegen, um halt stärker gegen Filesharing vorgehen zu können. Weil im Moment läuft das Ganze noch schön rechtsstaatlich so ab, man oder die Privatarmeen der Rechteinhaber finden halt irgendwie im Internet ein paar File-Sharer, finden die Log-Files oder IP-Nummern, haben so eine IP-Nummer und müssen ja irgendwie an Daten herankommen. Und da kann man natürlich schön in einen schönen rechtsstaatlichen, komplizierten Weg gehen, den wir eigentlich auch gut finden, naja, erstmal den Staatsanwalt einschalten und der Staatsanwalt oder der Richter, die entscheiden darüber, ob das überhaupt jetzt wert ist, dass man Grundrechte aufwebt und die Daten herausgibt. Das fanden natürlich die Rechteinhaber nicht so toll, die möchten halt viel lieber so automatische Abmahnwählen, machen können, sozusagen auf Knopfdruck, alle verklagen, die es so gibt und sie haben halt immer einen Auskunftsanspruch gefordert. Und sie fordern es immer noch und eigentlich ist seit eineinhalb Jahren klar, sie kriegen ihn, weil halt in dieser Richtlinie, die halt kein Schwein beachtet hat, auf europäischer Ebene, steht dieser Auskunftsanspruch drin. Und den müssen wir eigentlich jetzt, ja, im nächsten halben Jahr in nationale Gesetzgebung umwandeln und man gibt halt den Rechteinhabern ein Instrument an die Hand, wo halt der Datenschutz mit Füßen getreten wird, wo noch nicht mal richtig klar ist, dass eine IP-Nummer einer Person zuzuordnen ist, weil IP-Nummern kann man fälschen, man kann auch irgendwie in Netzwerke reinhacken und über andere surfen und so weiter. Also, es wird halt vermutlich öfters den Fall geben, dass irgendwelche unbescholtenen Bürger erstmal argumentieren müssen, dass sie halt 92 Jahre alt sind, noch nie irgendwie was von Fileschering gehört haben, aber Gangster-Rapper auf ihrem Rechner drauf haben sollen. Ja, vielleicht noch auch hier eine kleine Ergänzung. Also, Markus hat das zu Recht gesagt, diese Richtlinie ist irgendwie durchgerutscht. Das ist also häufig so, die EU erlässt Richtlinien, die in erster Linie mit klassischer Markenrechtsverletzung zu tun haben, Produktpiraterie, aber auch gleichzeitig die Begriffe so definiert sind, dass auch eine Ausdehnung auf Urheberrechtsverletzungen möglich ist. Das ist hier ähnlich. Sämtliche Maßnahmen, die da auf uns zukommen werden, das heißt, auch dieser Auskunftsanspruch auf die Provider geht letztendlich dann auf EU-Maßnahmen zurück. Auch diese gesamte Reform, auch der sogenannte Erste Korb, digitales Urheberrecht, beruht auf einer EU-Richtlinie. Und es kann uns da durchaus noch Schlimmeres drohen. Einige von euch haben vielleicht auch die Meldung gelesen. Beliebter Treffpunkt für die großen der Unterhaltungsbranche ist immer das Filmfestival in Cannes. Jedes Jahr. Also, wer dort eingeladen wird, selbst die kleinste Filmproduktion, die es in die unbedeutendste Nebenreihe schafft. Das ist immer noch wichtiger, als bei allen anderen Festivals aufzutauchen. Dann kriegt man da ein Hotelzimmer und darf irgendwie an dem bunten Treiben dort teilnehmen. Und dieses Festival in Cannes wurde auch jetzt letztes Jahr von Frau Reding genutzt, um dort großspürig Ankündigungen im Sinne der Unterhaltungskonzerne zu verkünden. Es gibt eine Arbeitsgruppe unter dem Titel, die nennt sich Sherpa. Das ganze Programm heißt Relativ harmlos Film Online. Der Europäische Verbraucherverband hat sich schon beschwert, dass er dort nicht vertreten ist. Das heißt, dass dort keine Verbraucherinteressen vertreten werden, wo vor allen Dingen Vertreter der europäischen Musik, Filmindustrie, aber auch US-Industrie und auch große Provider vertreten sind. Und man macht sich dort Gedanken, wie man das sogenannte unautorisierte File-Sharing weiter eindämmen kann. Und dort werden Sachen besprochen. Also es gibt dort noch keine offiziellen Richtlinienvorschläge oder irgendwelche legislativen Vorgänge. Aber im Gespräch sind entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass der Aufbau eines abgestuften Reaktionssystems, in dem der Netzanbieter zunächst bei auffälligem Download-Verhalten Warnhinweise an Kunden verschicken soll. Und Endstufe, das geht dann schon in Richtung Datensabotage, ist die Kündigung des Anschlusses und das Kappen der Internetverbindung, wenn sich Nutzer weiter in Tauschbörsen tummeln. Und es geht also noch so weiter, wie man dort halt versucht, mit drastischen Maßnahmen, Peer-to-Peer-Netze einzuschränken, pädagogische Nachrichten an die E-Mail-Accounts und natürlich auch mal wieder die Keule mit dem Straf- und Zivilrecht. Also da steht uns sicherlich auch noch einiges bevor. Okay, nochmal. Fertig bringen zu dieser Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums. Schöner Name. Bankkonten können durch Rechteinhaber gesperrt werden. Also wer irgendwie Exzessive File-Sharing betreibt, sollte sich nicht wundern, wenn die Bankkonten seiner Eltern mal irgendwie gesperrt werden. Da steckte die Rechteindustrie wahrscheinlich dahinter. Genauso wie halt diese Richtlinie eigentlich schon Instrumente zur Hand gibt, dass halt, wenn man einen eigenen Server hat, die Rechteindustrie einreiten darf und man kurz beim ISP den Server mitnehmen kann, wenn man darüber File-Sharing gemacht hat. Ja, und ja, wo wir gerade noch auf die nationale Umsetzung warten, wir haben uns auch schön lange Zeit gelassen in Deutschland, so eineinhalb Jahre, sind die schon längst auf europäischer Ebene, die Version 2.0 am Diskutieren. Und zwar hatte man da auch schon den Richtlinieentwurf vorgelegt, der wurde lustigerweise vom Europäischen Gerichtshof zurückverwiesen, weil man dachte halt mal wieder, man kann das auf europäischer Ebene machen, ohne jetzt das Parlament noch ein bisschen mitsprechen zu lassen, weil die stellen dann immer so ein paar unangenehme Fragen und wollen noch ein bisschen geändert haben. Das ist immer so ein Risiko. Und man dachte halt, man kann das beim EU-Rat zusammen mit der Kommission durchbringen. Und eigentlich soll diese Richtlinie, Teil 2, die zivilrechtlichen Sanktionen ausweiten auf strafrechtliche Sanktionen, was man halt im ersten Anlauf nicht so schnell sozusagen durchbekam. Ja, und der Europäische Gerichtshof meinte halt jetzt so, naja, müsst ihr halt nochmal neu machen, das geht alles so nicht, ihr müsst zumindest das Parlament mal befragen. Und es wird halt nächstes Jahr nochmal neu gestartet. Ja, und Mitgliedstaaten sollen halt, ja, alles, sollen dafür sorgen, dass jede vorsätzliche in gewerblichem Umfang begangene Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums, der Versuch einer solchen Rechtsverletzung, sowie die Beihilfe und Anstiftung dazu als Straftat gilt. Ja, was fällt da drunter? Das ist halt immer so eine komplizierte Frage, wenn man das juristisch irgendwie machen möchte. Eigentlich fällt eine ganze Menge darunter. Also es ist halt die Frage. Wenn man halt schon über DCSS berichtet, so, das fällt da drunter. Oder wenn man halt, ja, patentierte Softwarealgorithmen sozusagen publiziert, könnte das auch drunter fallen irgendwie. Und wie, ja, auf jeden Fall hat man auch hier mal wieder eine ganze Menge an neuen Sachen drinne. Also A, strafrechtliche Sanktionen. Das heißt, wer halt ein massiver Fallscherer ist, laut der Definition von Frau Zypris, kann das schon bei einem Album wahrscheinlich passieren, also 20 Stücken so, kann da, steht halt mit einem Wein im Knast. Dasselbe gilt, wenn es irgendwann Softwarepatente geben würde in Europa. Eigentlich gibt es sie schon. Andererseits kommen sie vielleicht mal irgendwann auch legal. Dass man halt, wenn man Softwarepatente verletzt, dafür in den Knast kommt. Oder wenn man Reverse Engineering betreibt, wenn man sich halt CSS mal genauer anschaut, um DCSS zu implementieren oder sonst wie. Wenn man freie Media Player programmiert oder sonstige freie Software so, steht man mit einem Bein im Knast, wenn diese Richtlinie so durchkommt. Und nicht nur im Knast, also ich habe gelesen, Geldstrafen von mindestens 100.000 Euro. Da schien mir ein bisschen komisch, vielleicht hat sich Heise da auch geirrt so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt für 20 MP3 schon irgendwie 100.000 Euro zahlen muss. Aber man wird wahrscheinlich nicht 1 Euro pro MP3 zahlen müssen, sondern gar nicht das Hundertfache. Dann gibt es ein Gewerbeverbot bei Verstoß. Das ist natürlich auch mal wieder, gewerbliche Produktpiraterie ist gut, sollte man bekämpfen, dafür ist es auch gut da. Aber solange man Probleme hat, das Ganze rechtlich einzugrenzen und halt immer noch das Problem hat, was ist ein Gewerbe, was ist ein Nicht-Gewerbe, was ist kommerziell, was ist nicht kommerziell, wenn man es nicht genau definiert hat, könnte das auch zu einem Arbeits- oder Berufsverbot für Programmierer, für freie Programmierer führen. Oder halt andere Probleme. Was ist zum Beispiel mit einem Straßenmusiker auf der Straße, der jetzt ein bekanntes Lied singt und dafür irgendwie Groschen einsammelt. Das würde streng juristisch gesehen schon ein gewerblicher Verstoß sein. Kommt dieser Typ dann sofort in den Knast, wird er auf 100.000 Euro oder zig andere 1.000 Euro verklagt, weil er irgendwie einen Beatles-Song auf der Straße aufgeführt hat, oder nicht. Ja, wir werden es nicht wissen, auf jeden Fall ist hier das Problem, Sie kriegen es nicht hin oder Sie wollen es nicht oder keine Ahnung, wieso, genau zu trennen, was ist richtige organisiertes Verbrechen, Produktpiraterie und was sind nicht kommerzielle irgendwie Verletzungen von geistigem Eigentum, was früher mal unter die sogenannten Schrankenregelungen oder sowas wie ein Recht auf Privatkopie fiel. Ja, und auf später verlegt hat man in diesem Fall, was man eigentlich machen wollte, gemeinsame Einsatztruppen aus Strafverfolgungsbehörden und Privatarmeen der Rechteinhabern. Das habe ich mal so drastisch formuliert, das ist eigentlich noch drastischer, weil es ist heute schon Realität, wenn man wegen Filesharing auf einmal sozusagen irgendwie die Polizei und Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen hat, dann ist meistens ein Vertreter der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsdelikten, GVU, so eine Privatarmee, irgendwie der Entertainmentindustrie dabei, um auch darauf zu achten, dass die Polizei ja bloß jede gebrannte CD mitnimmt und nichts übersieht und so weiter. Das ist noch alles relativ illegal, eigentlich nicht so ganz rechtens, also wenn bei mir die vor der Tür stehen sollten mit GVU-Leuten, die braucht man nicht reinzulassen, die haben kein Recht dazu. Strafverfolgungsbehörden natürlich schon. Aber man hatte tatsächlich vor, das Ganze jetzt mal so zu legalisieren, dass man auch gemeinsame irgendwie Einsatzgruppen bilden kann, die vielleicht ein gemeinsames Lagezentrum haben, das Lagezentrum Filesharing, wo halt die GVU sitzt, und Strafverfolgungsbehörden, um jetzt halt die Fileshärer anzugehen. Ja. Okay. Ja. Das war halt, ja. IP-RED 2 ist die Abkürzung, Durchsetzungsrichtlinie Teil 2. Ja, wird uns noch das nächste Jahr beschäftigen, gleichzeitig parallel die erste, irgendwie auf nationaler Ebene, das bringt die Auskunftsanspruch und so weiter. Ja, was kann man tun? Also, im Gegensatz zum Vortrag, We lost the war, vor fünf Stunden im großen Raum, haben wir es eigentlich in diesen Fällen, oder ist es noch nicht so ganz negativ, wie in der Privacy-Frage. Wir haben in diesen Bereichen Positivbeispiele. Wir haben Positivbeispiele wie freie Software, wie Creative Commons, wie Wikipedia. Wir haben eine freie Digitalkultur, die gerade entfacht wird und viel Innovation mit sich bringt. Das sind Positivbeispiele, die wir sozusagen Old Media, den alten Rechteinhabern, irgendwie entgegensetzen können. Allerdings fährt der Zug ab so. Wir haben vielleicht noch zwei, drei Jahre, bis dahin ist das komplette Framework, was sich so die Rechteinhaber auf europäischer Ebene vorstellen, durchgesetzt. Und wir werden die nächsten 10, 20, 30 Jahre vielleicht für immer mit irgendwelchen Trusted-Infrastrukturen zu leben haben, die wahrscheinlich unsere Digitalkultur entscheidend schwächen werden, beziehungsweise blockieren werden. Was kann man tun? Also am wichtigsten ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Aufklärung, 99,9% der Bevölkerung wissen echt nicht, was da passiert. Sie interessiert es auch nicht. Also vielleicht interessiert es Sie ein bisschen mehr, wenn man Ihnen erklärt, wie das halt in das tägliche Leben übergreift. Auf jeden Fall mehr darüber reden, in eigenen Webblocks darüber schreiben. Von mir aus auch die Eltern aufklären. Ich versuche das so ab und zu. Meine Eltern sind wahrscheinlich ein bisschen zu alt dafür. Aber mehr darüber reden, andere Leute darauf hinweisen. Es geht uns alle was an. Ja, dann mit Politikern reden. Das ist nicht das Spannendste so, es ist auch ein bisschen frustrierend, aber wir müssen das tun. Also auf der anderen Seite stehen halt Herrschern von hochbezahlten Lobbyisten, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als einen Politiker nach dem anderen und seine Büros anzurufen. Wir müssen auch so etwas Ähnliches machen. Wir haben es bei Software-Patenten gesehen. Wir können gewinnen. Wir können Schlachten gewinnen und zwar ziemlich große Schlachten, wenn wir mit vielen auf die Politiker eingehen, mit Argumenten etwas dagegen setzen. Weil die meisten Politiker sind echt überfordert mit den ganzen Thematiken, um die wir uns kümmern. Und das ist halt, die haben die ganze Zeit nur die ganzen Lobbyisten, die versuchen ihnen oder erklären ihnen die Welt, aber Politiker sind echt froh, wenn junge Menschen, die vielleicht um ihren Arbeitsplatz bangen oder um ihre Zukunft da anrufen, Faxe schicken, vielleicht sogar vorbeifahren, um sie authentisch irgendwie, ja, aufzuklären. Also sehr viele Politiker, die warten richtig drauf, haben wir festgestellt, aber da müssen viel mehr passieren. Ja, Markus, wir müssen, ich hoffe, wir können noch ein paar Fragen zulassen. Sonst rennt uns hier die Zeit davon. Geht das noch? Können wir noch ein, zwei Fragen? Das wäre prima, genau. Dann los geht's. Das ist eigentlich keine Frage, sondern eher eine Anmerkung. Wegen dieser Mindeststrafe von 100.000 Euro nach deutschem Strafrecht wäre das gar nicht möglich, weil die Höhe einer Geldstrafe nicht nur an der Tat, sondern auch im Einkommen des Verurteilten bemessen wird. damit er auch eine Chance hat, sie zu bezahlen. Ich habe das eben nur einfach von Heise mal kopiert, weil ich wusste nicht genau, was jetzt das genaue Strafmaß ist. Bei Heise stand halt mindestens 100.000. Ich habe halt keine Ahnung, worauf sie das bezieht. Ich habe es einfach nur mal hingeschrieben, in Anführungsstrichen sozusagen genannt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist auch nicht dieses 1 Euro für eine MP3, sondern es wird was anderes sein. Ja, noch eine Anmerkung zu dieser Geschichte mit dem Auskunftsrecht für die Rechteinhaber. So wie du das dargestellt hast, würde das meiner Ansicht nach eine Beweislastumkehr darstellen. Ja, genau. Und das ist ja in Deutschland eigentlich auch nicht erlaubt. Guck dir die Vorratsdatenspeicherung an. Also das ist EU-Recht, das muss dann irgendwie national umgesetzt werden. Die ganzen Datenschützer sagen, Auskunftsanspruch, das geht nicht, das dürft ihr nicht, da verletzt ihr Grundrechte und dann wird dann immer auf die EU geschoben. Tut mir leid, die EU sagt das, wir müssen das halt machen und ja, so läuft Politik. Eine Frage noch, oder? Genau, die eine Frage noch. Ja, mich würde eigentlich nur interessieren, wenn der Rechteinhaber mein Bankkonto sperren lassen kann, darf, was auch immer, welche Bedingungen da vorher quasi gelten müssen. Also kann der jetzt einfach zu meiner Sparkasse gehen und sagen, der darf jetzt kein Geld mehr abheben und dass er mir irgendwie gerade mal vorher mal ein Briefchen geschrieben hat oder so, oder? Also wir hatten noch nicht den Fall, deswegen weiß ich das noch nicht, weil bei der ersten Richtlinie, die ist noch nicht mal umgesetzt so. Bei der zweiten Richtlinie wollen wir das Ganze noch mehr liberalisieren, das habe ich gehört. Also im Endeffekt reicht der Verdacht schon aus. Also man gibt halt echt Rechteinhabern sozusagen Werkzeuge in die Hand, das ist eigentlich verfassungsrechtlich und grundrechtemäßig überhaupt gar nicht mehr zu vertreten, aber man macht es halt so, weil wird ja hoffentlich Arbeitsplätze bringen oder so. Gut, ich hoffe, wir konnten euch zumindest in diesem Schnelldurchgang einen Überblick liefern über das, was die EU vorhat, was die digitalen Bürgerrechte betrifft. Es gibt natürlich viele Themen, auf die wir noch hätten eingehen können, sicherlich auch das Thema Software-Patente durch die Hintertür, durch ein neues EU-Gemeinschaftspatent, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es wäre sicherlich auch sinnvoll, einzelne Themen noch ausführlicher zu behandeln, aber ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen und es war interessant und Dankeschön. Applaus